Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Schweizer Pass und Identitätskarte In der Schweiz gibt es zwei Ausweise, den Schweizer Pass und die Identitätskarte ID. Beide Ausweise stellt der Kanton aus. Seit 2010 gibt es nur noch den biometrischen Pass. Dieser Pass hat einen Chip im Passdeckel, auf dem zwei Fingerabdrücke und ein Gesichtsbild elektronisch gespeichert sind. Möchten Sie einen neuen Pass oder eine Identitätskarte haben? Machen Sie einen Termin bei einem Ausweiszentrum in Ihrer Nähe. Sie können den Termin online auf www.schweizerpass.ch oder per Telefon plus 41 31 635 40 00 vereinbaren. Sie finden diese Informationen unter diesem Video. Ihr habt einen Termin bei der